Was geht, Leute? Mein Name ist Danny Justin. Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute spielen wir... Wie heißt das Spiel nochmal? Ich weiß es selbst nicht. Super Bunny Man, oder? Ich glaube ja. Super Bunny Man! Und zwar sind wir zwei Hasen und wir... Es ist nicht so, wie es aussieht. Styli, kannst du bitte damit aufhören? Styli, was tust du da? Styli, kannst du bitte... Ich springe doch nur, dass es Bock springen. Kannst du bitte damit aufhören? Wir hören mal, wir müssen Levels gemeinsam schaffen. Ne, jetzt mal ehrlich, hör bitte auf. Wir müssen also Levels gemeinsam schaffen und dazu müssen wir uns anfassen. Was mir ein bisschen gefällt. Ey, lass... Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Du hast so fast umgebracht. Ja, ich weiß, ich weiß. Du hast die Karotte getötet. Oh nein, ich bin eine Schande für die Menschheit. Okay, oh mein Gott, du bist abgehauen? Ciao, ciao. Okay, warte, ich komme und rette dich. Ich wollte die Karotte unbedingt haben. Ich glaube, ich kann es aber auch ohne dich schaffen, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, ich glaube schon. Doch, doch, ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe jetzt mal ins Ziel. Alter, warte mal, war hier nicht das Ziel? Ja, das Ziel müsste irgendwo sein, oder? Oh mein Gott. Wo ist denn das Ziel? Siehst du mich eigentlich? Hä, das Ziel ist weg. Oh, ich soll nur sterben. Das ist ein Level. Das bringt aber irgendwas. Ja, okay, na. Oh! Oh, oh, tut mir leid. Du solltest auch lieber. Hast du die Karotte? Oh, 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 ich weiß nicht. Oh, 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 oh. Warte, du musst sie halten. Na, warte, pass auf. Ich komme, ich komme, ich komme, okay? Ich helfe dir. Nein. Oh mein Gott. Warte, ich halte die fest, ich halte die fest. Ich habe sie. Hast du sie? Ja, ich habe sie. Na oben, ganz langsam. Okay, okay. Oh, 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 oh. Bitte nein! Fall runter, fall runter. Ich glaube, die Karotte sollte uns egal sein. Ja, das glaube ich nämlich auch. Wir haben das erste Level geschafft. Ich weiß nicht, wie ich es weitergehe. So, lass uns mal festhalten, gemeinsam. Oh! Oh mein Gott. Oh nein, ich bin reingegangen. Oh nein. Okay, ich sterbe einfach. Hello darkness, my little friend. Oh mein Gott, okay. Wir müssen das also gemeinsam schaffen. Warte. Nein, nein, Mann. Jetzt kannst du sterben, ey. Ah, ich kann einfach Reset drücken. Okay. Ich halte mich an dir fest, du dich an mir, okay? Oh, genau. Ach so. Oh mein Gott. Okay, so kann man das auch machen? Yes, das ist episch. Ja, ja. Das ist ja Wahnsinn. Mega. Okay, nächstes Level. Okay, ich halte mich an dir fest. Kannst du mal aufhören? Nein, das ist perfekt. Guck mal, wie perfekt. An meinem Puschelschwanz aber. Ey, das gibt... Oh ja, ich halte mich echt daran fest, ne? Das ist schon klausig. Das tut weh, Mann. Gefällt mir auf jeden Fall. Ein Mann hat nur einen davon. Okay, nächstes Level. Ich halte mich wieder... Wieso machst du das die ganze Zeit? Ich weiß nicht, voll gute Taktik, guck mal. Was tust du da? Springe. Wow! Wir können auch springen. Spring, spring dabei. Mach ich, mach ich, mach ich. Oh mein Gott. Danke. Let's go. Oh, warte, nicht immer, nicht immer da. Pass auf. Nicht immer, nicht dauerhaft. Oh mein Gott. Warte, warte, nicht dauerhaft, nicht dauerhaft. Oh mein Gott, was tust du da? Da ist eine Karotte. Ja, schön für dich. Kauf dir einen Keks mit der Karotte. Oh mein Gott. Nimm doch einmal die Karotte. Nein. Vielleicht bringt das irgendwas Schönes. Vielleicht kriegst du ein Karottenpaket nach Hause geschickt. Du bist schön. Vielleicht kriegst du mich nach Hause dann. Oh ja, dann lass die Karotte sammeln. Oh, du warst gerade kurz... Wer ist eigentlich gelb? Bin ich das oder du? Ist das ein Scherz? Das fragst du jetzt, nachdem wir so viele wie du... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich glaube, da müssen wir eine Brücke oder so bauen, oder? Warte, ich will mich nicht fest. Nein, ich glaube, wir können da einfach rüberspringen. Wieso machst du das immer so kompliziert? Ja, okay. Oh, warte mal. Oh, ich dachte auch gerade, ich bin gelb. Oh mein Gott. Oh, siehst du? Ja, okay, ich sehe. Bam. Yes. Oh, ja, sehe ich, ey. Definitiv. Bist du gerade automatisch resettet? Ich habe mit Absicht resettet. Oh, das geht. Warte, ich will dich festhalten. Warte kurz, warte. Okay. Halt dich an mir fest, halt dich an mir fest. Genau. Okay, okay, okay. Ja, aber am Anfang ist das so schön schlauer. Hallo, halt dich an mir fest. Halt dich an meinem Schwanz fest. Ich habe mich da kurz... Okay, soll ich mich retten? Ja, warte kurz. Komm her, komm zu mir. Ich bringe. Okay, yes. Okay, warte mal. Jetzt müssen wir eine Brücke bauen. Ja, sehr schön. Und jetzt auf geht's. Ist das eine Brücke? Oh mein Gott, yes. Oh, das hat funktioniert. Ja. Benni, du bist ein Genet. Ja, ich bin ein Genet. Benni, du bist so schlau. Jetzt sagt das selber in schön. Sag, Benni, du bist so schön. Oh. Das hat weh, Alter. Das war mein Fuß, oder? Ja, das war dein Fuß. Hast du verdient. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr richtig springen. Oh mein Gott. Ich halte dich fest, okay? Und die Karotte können wir mitnehmen. Ja, okay, okay. Machen wir, okay? Obwohl, danach können wir uns nicht mehr halten. Doch, ich muss die Karotte halten. Ja, nimm die Karotte. Nimm die Karotte. Ja, lass mich doch mal los. Ja, warte kurz. Okay, ich lasse dich los. Ja. Dankeschön. Bitte schön. Ich wollte dich loslassen. Es war so schön mit dir. Okay. Ich hole die Karotte mal. Ich hab die Karotte. Oh. Pass auf. Der hat nicht sterben. Jetzt nicht sterben. Oh. Hilfe. Halt dich immer fest. Aber nicht unterfallen. Alles gut. Du kannst dich aber am Boden festhalten, ne? Mach dich. Okay, sehr schön. Oh, sieht das komisch aus mit der Karotte. Ich springe. Oh. Oh mein Gott. Yes. Das haben wir so gut gemacht. Das war mega episch. Guck mal, da haben wir uns jetzt eine Karotte angezeigt. Ja, stimmt. Hat sich echt gelohnt. Das hat sich nicht gelohnt. Ja, jetzt ist sie wieder weg. Ich glaube, du schaffst mal das Level zu 100%, oder? Wow. Okay. Du nicht an mir. Du sponst dich auch über die ganze Zeit. Oh, pass auf. Oh, oh. Oh mein Gott. Lass mich los. Lass mich los. Okay, kannst du hoch? Kannst du rüber? Nein. Kannst du rüberspringen? Wenn man das von der Seite beruhigt, ist das nicht schlimm. Ja, aber du musst dann irgendwie rüberspringen. Oh mein Gott. Ja, okay. Das, nee. Ohne dich kann ich es nicht schaffen. Also. Alter, achso. Ich bin. Oh Gott. Kommst du her? Ja, ich komme. Komm her. Ich komme. Oh mein Gott. Hilfe. Steil, Hilfe. Ey, wir können uns auch an den Füßen festhalten. Oh mein Gott. Ich habe überlebt. Oder? Oh nicht. Ja, verdammt. Oh. Ich glaube, wir können uns auch an den Füßen festhalten. Vielleicht kommen wir jetzt hier rüber, wenn wir springen würden. Achso, da willst du rüberkommen. Okay, warte. Lass mal probieren. Okay, halt dich an meinen Füßen fest. Halt dich an meinen geilen Füßen fest. Oh, sehr schön. Okay, warte jetzt. Warte, warte kurz. Kannst du bitte aufhören? Was? Nicht so gerade. Schnupperst du da? Hey. Hey, schnupperst du da oder was? Okay. Alter, hör doch auf. Okay. Oh Gott, was? Ja, drehst du dich mal rüber? Ich kann nicht. Halt dich die ganze Zeit fest, jetzt am Boden. Achso, oh, stimmt. Okay, okay, da halte ich an mir fest, okay? Ja, sehr schön. Okay, spring. Okay, ja, ja, ich mach. Ja, 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 ja. Spring, spring, spring. Oh, warte, warte. Oh, warte. Warte, jetzt musst du... Okay, erst mal du. Ich kriege das ja nicht mehr gut, das Videospiel. Im Gehen zu dir. Ja, das will ich sehen. Okay, warte. Befern! Was hast du getan? Sei mal froh, dass ich was getan habe. Oh no! Ist das ein Scherz? Ja, ja, let's go. Oh! Oh nein. Oh, damit kann man schon ein bisschen fliegen, so an sich. Ja, okay, ich weiß noch nicht, wer genau... Spring. Wir müssen beides springen. Oh mein Gott. Oh! Oh nein, ich hab... Oh, verdammt. Aber wir wissen, wie es geht. Ja, warte, pass auf. Bitte auf. Oh mein Gott. Komm, bitte schaff es jetzt. Danny, bitte. Nice! Oh mein Gott, yes! Wenn wir es so machen, schaffen wir es auf dem zweiten Versuch. Ja. Das ist traurig. Oh mein Gott. Oh, warte, ich hab mich... Okay, das brauchen wir. Oh, nicht festhalten, ne? Nö. Interessant. Ich möchte mich nicht anfassen mehr. Komm schon, ein bisschen fummeln. Fummeln ist okay, okay? Fummeln ist okay. Oh nein, ich stehe Hilfe. Hilfe, Steilie. Okay, ich komm zurück. Oh, ich bin da. Oh nein, alles gut. Alles gut, nimm die Karotte. Ich spring erst mal über den Knopf. Oh, nein, nein, nein. Oh, okay, ich halte auf die Karotte. Okay, wir halten uns fest. Yeah, teamwork. Oh, warte, ich springe. Yes. Okay, komm schon. Oh, ich dachte ich los. Macht doch keinen Sinn. Oh mein Gott. Okay, nicht das Teil berühren. Oh mein Gott. Warte, ich springe. Es tut mir leid, ich muss die Freundschaft beenden, Slyly. Oh, wo, was? Fenni, helf mir. Wieso, soll ich dir helfen? Ich springe die Karotte. Nein, nein, nein. Oh, scheiße. Ich hole dich auf. Getrot. So, ja. Bam. War mir schon klar. Teamwork. Obwohl, hier wird es, hier wird es problematisch. Oh mein Gott, stop, stop. Oh mein Gott. Hey, sie sind durch. Du hast mich getötet, niemand anderes. Ja, ich bin immer schuld, ne? Ja. Immer bin ich schuld. Ich mach Schluss. Was machst du? Schluss. Ey, du hast gerade so eine Brücke gemacht. Hab ich? Ja. Alter, das ist geil. Wow. Teamwork. Ich bin Teamwork. Oh Gott. Zieh mich hoch. Okay, warte, ich helf dir. Ich lass los. Oh. Warte, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich springe ganz nochmal hier durch. Nein. Komm, komm. Einfach los. Das ist wichtig, das ist wichtig. Ja, stimmt. Perfekt. Dadurch kann uns das Teil nicht nach oben bringen. Ich glaube auch. Alter, Slyly, du bist der schlaueste Mensch in der Welt. Danke. Kannst du meinen Popo jetzt loslassen? Du weißt, ich mach das einfach nur bei mir. Oh. Oh, Alter. Alter. Okay, ich gehe weiter, Slyly, ich gehe weiter. Alter, ich bin tot. Danke, dass du auf mich gewartet hast. Ja, ja, okay. Wir sollten lieber zusammenbleiben, okay? Ja, ja. Alles gut, alles gut. Ich hab dich jetzt auch im Stich. Nein, bitte nicht. Mein Gott, warte, warte auf mich, warte auf mich. Ach, hier ist die Karotte. Du sollst auf mich warten, sonst sterbe ich. Ja, ich warte doch auf dich. Du hast eben gerade Hilfe. Kann ich noch warten? Nein, ich bin tot. Danke für die Hilfe. Wir haben mich für dich geopfert. Hey, das ist wirklich etwas Süßes. Ja, ich bin schon, ne? Halt die an den Füßen fest, wir fliegen, komm. Ja, okay, komm. Ne, dann sind wir nicht stark genug, nicht, äh, dann können wir nicht fliegen. Nein, dann fliegen wir doch einfach rüber. Ja, wir müssen alleine rüberfliegen, siehst du? Hui, oh. Pass auf, so und jetzt hier, bam. Oh mein Gott. Bin auch schon drüben. Was sind wir eigentlich? Hasen. Okay, warte, ich halte dich, ich halte dich. Nein, kommst du hoch oder nicht? Warte, ich komme zurück, ich komme zurück. Pass auf, pass auf, pass auf. Ja, ich komme. Okay, oh, sehr gut. Okay, was geht? Alles gut? Alles gut bei dir? Okay, wow. Ja, alles super. Oh mein Gott. Das Level war einfach. Das Level war einfach. Gefallen wäre es, hätte ich dich gehasst. Wow, sie gehen wir nicht zu weit, Alter. Ich hätte dich gehasst. Das ist wirklich zu weit, Alter, glaube ich. Das Level ist noch nicht freigeschaltet, weil wir keine Karotten gesammelt haben. Echt jetzt? Ich glaube, ja, oder? Nein. Wir brauchen die Karotten. Oh mein Gott. Ich weiß, wo die Karotten hier liegt. Okay, warte, ich gehe nochmal zu eins, ja. Wir brauchen elf, warte, wir haben neun, wir brauchen zwei Karotten. Bei eins sollte es ja am einfachsten sein, die Karotten zu bekommen. Ich fand es bei eins gar nicht am einfachsten. Weil man sich da fast selbst umbringt immer. Achso, okay. Ja, wir müssen nach hinten. Ja, 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 oh, nach hinten, stimmt. Ah, ja, ja, ich hole die kurz, ja, warte kurz. Ich warte hier oben. Ich wollte eigentlich mitkommen, dass wir vielleicht zu zweit nach oben rollen können. Ach, stimmt, ich brauche deine Hilfe. Okay, du musst mich festhalten. Ja, ich halte dich gleich fest, warte. Ja, sehr schön. So. Jetzt Teamwork. Sehr schön. Oh mein Gott, let's go. Es ist das einfach. Easy. Die stacheln sind das Problem meistens. So, du kannst mich jetzt loslassen. Du kannst, du hältst mich doch fest. Ich weiß. Hä? Komm, Level Nummer zwei. Okay, so Karotte. Wo war die Karotte hier? Au, Alter. Oh nein, wir müssen rüber einfach. Dann hole ich sie kurz, ich hole sie kurz, ich hole sie kurz. Ja, ja, ja. Ha! Ich weiß nicht, ob du sie kurz geholt hast. Egal, Level Nummer drei. Sicher ist, wenn ich sie nicht holen will hier? Ach, ich bin gelb. Ja, ich denke auch mal so. Oh nein, nein, nein. Kannst du dich holen noch? Ich kriege die Karotte nicht, warte kurz. Ja, so. So. Oh oh. Oh mein Gott. Mann, das ist echt schwer, die irgendwie zu... Ah, jetzt habe ich sie, endlich. Ach, Bruder, schaffst du auch so. Ey, ja. Das war Teamwork. Ja. Jetzt haben wir eigentlich elf. Jetzt haben wir elf, ja. Jetzt können wir Menü und zu zehn, oder? Ja, genau. Level zehn. Okay, let's go. Aber jetzt müssen wir mal die Karotten einsammeln, okay? Weil? Alle, ja. Sag ich doch die ganze Zeit schon. Okay, let's go. Ah! Ah! Let's go, aber sterben. Ja, es tut mir leid. Oh mein Gott, komm schon. Was tust du da? Okay. Ich habe keinen Plan, weil du... Ich wollte zwei miteinander springen. Oh mein Gott, ich tue mir die ganze Zeit weh. Ich glaube, ich habe es raus. Du musst wirklich nur zwei miteinander springen. Echt? Warte. Stimmt, du hast recht. Oh! Ich bin da. Ja, okay, aber so... Okay. Das dauert... Oh nein, nein. Kommst du hoch oder nicht? Okay, ich glaube nicht. Leider nicht. Verdammt. Aber wir nicht schuld gehen, wenn ich sterbe, ne? Das war meine Schuld. Alter, du musst ganz darauf achten, dass die Füße wirklich am Boden sind. Das springst du am weitesten. Ja, ja. Nur halt in die richtige Richtung. Ey, du bist... Oh! Oh! Okay. Und hier, warte mal. Oh, jetzt wird es höher. Ich glaube, so komme ich auch... Oh mein Gott. Mal kommst du auch hoch. Alter, was tust du da? Ich habe das mit dem Springen noch nicht raus. Ich merke das gerade. Okay, hier ist ein Trampolin. Du musst einfach nur einmal drücken, wenn du... Ja, okay. Du musst es ja mal rausbekommen. Easy, easy, easy. Oh mein Gott, er hat es geschafft. Das war nicht mal hart, Mann. Das war einfach. Oh, jetzt können wir zusammenarbeiten. Jetzt musst du die Karotte mitnehmen. Hab ich. Wir nehmen jetzt immer die Karotte mit, auf jeden Fall. Hast du? Oh, warte. Du musst mir helfen. Du musst sie an mir festhalten. Ja, wie denn? Ich bin gerade mit... Ja, wozu? Lass doch los. Ich habe die Karotte. Lass doch los. Geh doch mal auf das Trampolin mit der Karotte. Ach so, ja, okay. Ja, nicht das Problem. Ich habe... Nein! Was tust du da? Das war nicht extra. Es tut mir leid. Ich will dich schlagen. Oh, das war nicht. Siehst du? Wir haben uns an den Füßen. Komm, kick mich nach oben. Kick mich nach oben. Okay, genau. So und jetzt so. Let's go. Wow. Oh mein Gott. Komm mal, kick mich nach oben. Let's go. Okay, stop. Nein, nein, nein. Pass auf, pass auf. Alles gut, alles gut. Okay, ich kick dich. Oh, oh mein Gott. Perfekt, komm. Ich kick dich. Oh mein Gott. Die Karotte. Wo ist die Karotte? Okay, ein Level, ein Level, ein Level noch. Hast du Schiff losgelassen? Nein, ich habe die ganze Zeit festgehalten. Uns fehlen dafür Karotten ins Liste. Oh mein Gott. Oh, ich bin tot. Ey, das ist geil mit dem festhalten. Halt dich immer fest. Ich kick dich jetzt immer. An den Füßen, ne? Oh nein, danke. Du hast mich losgelassen. Ey, du lässt mich los. Wieso? Ja, weil du... Halt dich an meinen Füßen fest. ...un Arsch bist. Und du kickst mich, okay? Also, wenn ich so... Ja, wir halten aber nicht so gerade wie eben. Wir müssen gerade hin. Ja, stimmt, ja, ja. So? Nein. Nein, gerade. Ganz gerade an den Füßen. Wirklich an den weißen Füßen. Also, nicht an meinen. Oh, warte mal. Wir können rückwärtsgangs machen. Was ist das? Oh mein Gott. Dann ändere dich. Wow. Alter. What the fuck? Oh mein Gott. Nein, stopp. Stopp. Warte, komm doch mal nach vorne. Nein, ich muss vorne sein. Du hast kaputt gemacht, Mann. Oh mein Gott. Warte, warte. Wieso? Ich kann nicht mehr. Wieso hast du es kaputt gemacht, Mann? Weil ich nicht mehr kann. Nein, an den Füßen, an den weißen Füßen. Okay, habe ich. Bisschen weiter noch. Ich halte mich nicht fest. Okay, ich kann nicht mehr, Alter. Warte, lass mich mal hier hin. Okay, lass. Ich kann nicht mehr, ey, ohne Scheiß. Warte mal, es macht mehr Sinn. Geh du mal hinter mich. Hält dich fest, hält dich fest an den Füßen. Schaffst du es? Ja, ich glaube schon. Ja, ich muss es machen. Und jetzt drehe dich um, dass du vorne bist. Okay. Jetzt müssen wir anders rumdrehen. Habe ich? Oh mein Gott, nein. Warte, ey. Ich verstehe es aber. Ja, genau so funktioniert es. Okay. Okay, warte, ich halte mich bei dir an den Füßen fest. Okay. Das an den Füßen festhalten ist immer das Schwerste. Ja, ja. Okay. Warte, ich muss jetzt, ich muss nach vorne. Willst du auch Gas geben oder nicht? Nein, nicht festhalten. Du verhältst dich bei mir fest. Ach, du ich nicht? Nein. Und jetzt kick mich die ganze Zeit. Oh. Genau so. Alter, wie haben wir das gemacht? Ich bin immer noch nicht. Warte, du bist tot. Ich bin tot. Warte, warte, wir kriegen das hin. Oh mein Gott, scheiße. Warte, ich halte dich mal einmal. Genau. Hab sie, hab sie, hab sie, warte mal. Und jetzt? Anders rumdrehen. Ah, und jetzt kick ich, ne? Okay, warte, ich kicke, ich kicke, ich kicke. Oh mein Gott. Okay, und ich versuche nach oben zu ziehen. Alter. Du entscheidest die Richtung? Ich kann mal den Sturm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mach weiter. Ja, warte kurz, warte kurz. Kick, kick mich. Oh, geht jetzt so nicht. Du hältst mich fest. Ich halte dich nicht fest. Kick mich, kick mich. Oh mein Gott. Kick mich weiter, ich möchte da rüberfliegen. Ja, ich, ich weiß. Oh nein. Oh mein Gott, wir leben noch. Alles gut, alles gut. Kick mich weiter. Oh mein Gott. Pass auf. Halt dich einfach oben fest. Oh stimmt, ich hab mich auch festhalten können, ne? Oh, okay. Oh mein Gott. Bitte sag mir, du schaffst das jetzt. Aber es ist doch egal, ob wir es schaffen oder nicht. Wir haben die Karotte immer noch nicht eingesammelt. Ja, es ist auf die Karotte. Ja, dankeschön. Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß mit der Karotte. Obwohl das gar nicht so schwer wäre, man. Nur, ich muss das ja festhalten. Okay, Leute, wir haben mal das was für das Video. Vielen Dank für seine Schautzeitschneidung in die Beschreibung aus. Für mehr davon, lasst dann noch um. Der Abonnierung kostet es. Okay, wie ist das so zu verpassen. Check Merch und installat mir in der Beschreibung aus. Und ich sehe dich im nächsten Video. Bye. Ciao, ciao.